Vielen schönen guten Abend in Aschaffenburg! Endlich mal wieder ein kleiner, geiler Rock-Roll-Club hier. Auf jeden Fall, das auf dem Sonntagabend und das als letzte Show dieses Jahr. 2018, letzte The Sun Session Show in Deutschland. Wo könnte es besser sein als in Aschaffenburg? Wir spielen natürlich auch viele Konzerte in Dubai, Frankreich, auch die Malediven. Überall. In Japan. Natürlich. Dürfen wir auch mit? Bitte? Dann spielst du an den Tag. Wie heißen diese Dinger mit diesen Klavieren für den Mund? Ich glaube, die heißen Klavieren für den Mund. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, heute Abend hier zu sein. Wir feiern ja mit unserer Tour hier immer noch, dass zehnjährige Baseballs bestehen. Mittlerweile sind es schon elf Jahre, also das ist der längste Geburtstag überhaupt. Wir feiern einfach auch weiter, bis wir 20 Jahre erreicht haben. Wir wissen, dass wir hier in einer Stadt sind, in der der Rock'n'Roe groß geschrieben wird. Ja. Und wir verneigen uns eherwürdig vor Bands, die noch viel länger da beißen als wir. Ja. Hallo Puppen-Bee. Und wir wollen heute Abend nochmal mit euch feiern und nochmal richtig Vollgas geben. Wenn ihr fragt, wie ihr wohnert, die muss natürlich den Dopp dann in Eintritt zahlen. Das ist schwierig, das ist jetzt nicht. Wir müssen ja Geld verdienen. So. Deswegen nehmen wir jetzt alle mal die Hände nach oben. Wir feiern jetzt eine Runde zusammen, wenn ihr einverstanden seid. Ja. 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 ern. Ja. 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 Musik 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 expressions Musik 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.